Du hast auf jeden Fall bessere Spiele verdient als Phase 10 und Tabu. Bleib dran und wir haben viel coole Alternativen zu alten Klassikern für dich. Ab jetzt. Als allererstes möchte ich mal sagen, vielen, vielen Dank an alle, die auf unser letztes Video so stark kommentiert hatten. Wer es noch nicht gesehen hat, wir haben schon ein Video dieser Art gemacht, nämlich zwölf Klassiker, die wir nicht mehr auf den Tisch bringen. Und wir haben euch auch gesagt, warum wir das nicht mehr machen und haben bessere Alternativen vorgeschlagen. Und da wurde erregend diskutiert. Es gab viele weitere interessante Vorschläge zu den Titeln, die wir genannt haben, die teilweise auch echt richtig gut passen. Und es wurden auch ganz viele andere Spiele, andere Klassiker genannt, zu denen wir auch mal was sagen könnten, weil die eigentlich auch nicht mehr gespielt werden sollten, in Anführungsstrichen, oder wo es einfach auch bessere Alternativen gibt. Und den Ball würden wir gerne aufgreifen und haben uns deswegen entschieden, wir machen eine kleine Fortsetzung dazu. Vielleicht hauen wir erst mal die Alternativen weg, die ihr vorgeschlagen habt zu spielen, über die wir letztes Mal geredet haben. Legen wir doch mit Chloedo los. Da finde ich The Key einen super Vorschlag. Ja, definitiv. Also, dass wir da nicht selber drauf gekommen sind. Das hat halt ein ähnliches Setting, das wir quasi rausfinden müssen. In dem Fall, wer hat einen Raub zum Beispiel durchgeführt und müssen dann eben halt rausfinden, wer hat was geklaut, mit welchem Fortbewegungsmittel ist der dann abgehauen und so weiter. Und das Spielprinzip ist aber ganz anders. Nämlich, dass wir in der Mitte so einen Kartenstapel haben und dann können wir quasi auf der Rückseite schon sehen, zu welchen Sachen wir da Informationen bekommen. Und alle spielen gleichzeitig und greifen da rein und versuchen halt irgendwie dann die Informationen aufzunehmen und dann hinter dem Sichtschirm zu deduzieren, was die richtige Lösung ist. Und es gibt halt irgendwie Hinweise, die leichter sind, aber die geben halt dann irgendwie weniger Punkte hinterher und so muss man halt quasi da diese Balance finden. Also, obwohl man da kein Spielbrett hat, finde ich, trifft es das Thema echt gut und ist ein cooles Deduktionsspiel, also auch gerade so mit dem gleichen Niveau wie Chloedo. Genau. Das finde ich deswegen einen ganz besonderen Tipp. Wir hätten jetzt vielleicht noch zwei Spiele, die so vom Anspruch ein bisschen höher sind. Wir hatten letztes Mal ja schon Cryptid erwähnt, was definitiv vom Anspruch ein bisschen über Chloedo ist. Und da ist die Such nach Planet X auch eine Alternative, die vielleicht noch einen Tick anspruchsvoller ist, aber natürlich auch was Besonderes ist. Ja, haben wir ja öfter schon drüber gesprochen. Guckt gerne mal in andere Videos von uns rein. Das Schöne da ist halt, dass es tatsächlich zwei verschiedene Schwierigkeitsgrade in der Schachtel gibt. Also einen, der nicht ganz so schwer ist zum Reinkommen und dann, wenn man das schon Gefühl hat, man hat das gemastert, dann gibt es halt noch eine komplexere Variante drauf. Und ich finde, ein ganz spannender Geheimtipp ist ja noch Shipwreck Arcana, wobei es das nur auf Englisch gibt und gar nicht so leicht zu bekommen ist. Ja, richtig. Das ist halt so ein ganz, ganz waschechtes Deduktionsspiel, wo es wirklich, da kannst du Hinweise und Meta-Hinweise geben und letztendlich muss man quasi so bestimmte Bedingungen, logische Bedingungen, die durch Karten vorgegeben werden, mit Plättchen dann untermauern und dann versuchen, auf die richtige Lösung zu kommen. Aber es ist tatsächlich was, was bei uns aktuell halt nur schwer zu bekommen ist. Deswegen eher so ein kleiner Geheimtipp an der Stelle. Und was natürlich ganz besonders an dem Spiel ist, wir spielen es kooperativ. Also wir müssen uns gegenseitig die Hinweise auf besondere Art und Weise geben. Also das ist wirklich was für Deduktionsfans. Und dann hat die Silke von Würfel und Zucker auch noch drei Spiele genannt, die ja für sich sagt, dass so Deduktionsspiele ihr Lieblingsgenre sind. Und dann sind das natürlich Tipps, die man erwähnen muss, wobei wir leider nicht viel zu sagen können. Ja, also ich hab's mir auch aufgeschrieben, 13 Indizien, Schnurlock Holmes oder Schnurlock Holmes, also ist wohl ne Katze irgendwie als Hauptthema, und Gangster City. Und ich hab die alle drei nicht gespielt, aber wenn Silke als Deduktionsfan, die jeden Tag Spiele empfiehlt, wenn die sagt, die sind gut, dann schaut euch die an. Coole Alternativen haben auch zu Kniffel bekommen. Und da wurde zum Beispiel Dive Throne erwähnt. Klar, also das ist, glaub ich, das opulenteste, kniffelähnliche Spiel. Da sind auch noch Karten drin, jeder hat so einen abgefahrenen Helden und es ist halt so ein Eins-und-Eins-Kampf. Also man kann's auch mit mehr Leuten spielen, aber eigentlich ist es ein Eins-gegen-Eins. Ja, da kämpft so ein Beispiel irgendwie ein Barbar gegen eine Mondelfe und wir würfeln, kniffel-like, können damit coole Fähigkeiten auslösen und haben auch noch Aktionskarten, die besondere Fähigkeiten für jeden Helden dabei haben. Sieht auf jeden Fall mega schick aus, nicht so ganz günstig, aber da kann man sich auch einfach mal ein paar Heldenboxen rauspacken, die einen ansprechen. Ja, das andere, was auch genannt worden ist, ist Las Vegas. Das fand ich ganz interessant. Da wird zwar auch sehr viel gewürfelt, aber es ist eigentlich ein ganz anderes Spielprinzip. Also da wird eigentlich nicht gekniffelt, sondern da geht's darum, dass man quasi mit den Würfelergebnissen auf bestimmte Casinos setzt, wo eben Geldscheine dran liegen. Und je nachdem, wer wo die Mehrheit hat, wobei gleiche sich rauskreuzen, Gruß an Rita Modl an der Stelle, ich glaube, der würde das gefallen, je nach dem Prinzip werden halt dann die Geldscheine verteilt. Es ist ein super cooles Spiel, auch so als Absacker oder als Aufwärmer und für zwischendurch ist es echt eine sehr niedrige Einstiegshürde, aber finde ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so sehr kniffelmäßig. Scrabble, da gibt's auch ein paar coole Vorschläge. Hast du nicht auch letztens im Gespielt über Wörmöbeln geredet? Wäre das vielleicht nicht auch was? Ja, also zumindest ist es ein Wortratespiel. Es hat dann eher so ein bisschen was so von Kreuzfreuzrätsel, dass man da quasi so mit Buchstaben, die man in so einem Grid verbindet, auf Worte kommt. Aber ja, ich würde schon sagen, wer Scrabble mag, weil es halt so ein Wortratespiel ist, der wird da sicherlich auch seine Freude haben. Was haben wir denn noch dabei? Ich sehe gerade Bananagrams. Hast du das gespielt? Nee, ich habe es nicht gespielt, aber ich werde mir das wahrscheinlich deswegen schon holen, weil meine Lucky Lacks-Federmäppchen-Verpackung braucht natürlich jetzt auch noch so eine geile Bananenverpackung. Also allein schon die Verpackung spricht mich sehr an. Und da sind halt auch so Steinchen drin, wie bei Scrabble auch mit Buchstaben drauf. Aber da geht es halt darum, dass jeder für sich selber halt so ein kleines Grid wie so einem Kreuzworträtsel aus Buchstaben baut und versucht, alle Buchstaben unterzubringen. Das hat natürlich irgendwie von der Haptik und von dem Spielmaterial und dem, was man da macht, schon sehr viel von Scrabble, aber halt ohne Spielbrett. Also mich würde es reizen. Perfekte Wort wurde auch genannt. Weißt du da was zu? Habe ich auch noch nicht gespielt, aber das ist auch bei mir auf der Liste. Das ist ja fast schon ein Flip and Write. Also da wird am Anfang quasi immer, es gibt mehrere Zeilen auf seinem Blog, wo du halt so Sachen reinschreibst. Und dann gibt es quasi, in jeder Runde wird quasi vorgegeben, wie lang das Wort sein soll und was der Anfangsbuchstabe ist. Und dann hast du da quasi so eine Zeile, da sind auch so leicht hinterlegt schon bestimmte Buchstaben drin. Und dann musst du dir halt irgendein Wort mit dem Anfangsbuchstaben ausdenken. Und wenn du aber halt quasi genau die Länge triffst, die vorgegeben ist und diese Buchstaben triffst und so, kriegst du halt extra Punkte. Das ist halt auch schnell gespielt. Hat jetzt nicht ganz so diesen Scrabble-Vibe, aber ich glaube, genau wie bei Wömmeln auch, also wenn man irgendwie auf so Wortrate Sachen steht, das ist, glaube ich, eine gute Alternative. So, bei Mensch ärgere dich nicht hatten wir auch geredet. Ich glaube, das ist so das Spiel, wo uns der kalteste Schauer im Rücken läuft. Und ganz witzig, nachdem wir das aufgenommen hatten, war ich bei meinem Bruder zu Besuch, guck mal durchs Regal, was der noch so im Keller rumliegen hat. Und da war auch Dog, was uns natürlich hätte auch einfallen können, weil es irgendwie das naheliegendste ist. Ich habe es noch nicht gespielt. Und er meinte dann, obwohl er ein sehr kritischer Spieler ist, meinte, das findet er sogar ganz gut. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Es gibt ja verschiedene Varianten. Dog, Dog, Real, Black Dog und was weiß ich noch was. Okay, ist das wirklich eine gute Alternative? Also ich meine, zumindest ist es auf alle Fälle eine ganz klare Weiterentwicklung vom Mensch ärgere dich nicht, weil das sieht ja vom Board genauso aus. Aber du würfelst halt nicht, sondern du hast halt Karten in der Hand. Und da steht halt eben drauf, wie weit du dich bewegst. Und du hast halt selber die Möglichkeit auszusuchen, was für eine Karte du spielst. Dann sind da so Sonderkarten dabei, dass auch Pöppel die Plätze tauschen oder dass man rückwärts geht und solche Sachen. Ich glaube, mir persönlich wäre das immer noch zu nah dran an diesem Mensch ärgere dich Gefühl. Aber viele der Schwächen, die wir genannt haben, werden dann natürlich irgendwie ausgemerzt. Und da gibt es halt verschiedenste Varianten. Also gibt es dann irgendwie noch Black Dog. Da ist dann irgendwie in der Mitte noch so eine Drehscheibe, die unter bestimmten Bedingungen dann auch noch vor- und zurückgedreht wird. Dann gibt es irgendwie Dog Royale. Da hast du dann quasi nicht vier gleiche Spielfiguren, sondern die sind halt unterschiedlich groß. Und da gibt es halt irgendwie einen König und einen Ritter und einen Hofnarren und so weiter. Und die dürfen halt auch nicht aneinander vorbeiziehen. Also quasi du hast dann die Royal Purpose sozusagen bei dir auf dem Spielbrett. Und also da gibt es halt viele verschiedene Varianten. Und was auch sehr oft genannt worden ist, ist Tuck. Und das ist ja, das geht ja in die gleiche Richtung. Also da hast du auch so ein Spielbrett, aber halt total schön aus Holz gefertigt und hast eben Murmeln als Spielsteine. Und auch da geht das Ganze über Karten, die du ausspielst, die halt unterschiedliche Effekte haben. Also manche sagen einfach nur, bewegt dich so und so weit. Aber andere haben halt dann auch Sachen wie rückwärts laufen, dann kannst du dann gleich ins Haus rein und so weiter. Ich muss sagen, das würde ich am ehesten noch gern spielen, weil ich finde, das macht optisch schon was her. Also wenn du da so ein richtig cooles Brett hast, glaube ich, das ist ganz cool. Und all diese Spiele funktionieren halt auch als Team. Das heißt, der, der mir gegenüber sitzt, ist mein Team-Partner. Und wir müssen halt beide unsere Leute ins Haus bringen. Und wenn dann einer fertig ist, hilft er dem anderen halt noch mit. Also das ist auch nochmal so eine Extrakomponente, wo auch ein bisschen Glück wieder rausgenommen wird. Muss sagen, ich hätte Bock, es auszuprobieren. Klingt cool. Richtig schön fand ich auch Tiefsee-Abenteuer als Nennung, weil da auch so ein bisschen Puschelack dran ist. Ich glaube, das ist auch ein guter alternativer Pick an der Stelle. Ja, finde ich auch. Also du hast auch dieses Würfeln und Laufen, aber du läufst halt irgendwann auch wieder zurück. Also du tauchst ja quasi nach unten und bergst Schätze und dann musst du mit denen wieder hoch. Und je nachdem, wie lange du unten bleibst, desto schwieriger wird, wieder hochzukommen. Und wenn du halt nicht es schaffst, bis die quasi gemeinsam gescherte Luftflasche aus ist, dann kriegst du halt gar nichts von den Sachen. Also das stimmt schon, das hat irgendwie ähnliche Mechanismen, aber ich finde, durch dieses Puschelack-Element ist es irgendwie nochmal witziger. Hase und Igel fand ich auch einen süßen Vorschlag. Gibt es den überhaupt noch zu kaufen? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich ist bald, wenn man so alt genug ist, das auch bei uns im Schrank. Also Hase und Igel ist echt interessant, weil ich habe das vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren das erste Mal gespielt. Ich glaube, das war das allererste Spiel des Jahres, ja. Und das war auch so eine richtig abgeranzte Kopie. Also ich glaube, die war auch aus dem Jahre 1979, die ist schon halb auseinandergefallen. Dieses Ferienhaus-Feeling, ne? Ja, und dann dachte ich mir so, hey komm, das spielen wir jetzt, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Ist ja so eine kleine Bildungslücke auch. Und ich muss sagen, das hat mir total gut gefallen. Also das hat sich wirklich auch gut gehalten, weil da läufst du auch so einen Parcours entlang und willst halt irgendwie ans Ziel kommen. Aber um dich zu bewegen mit deiner Spielfigur, musst du halt Karotten ausgeben und du kannst halt beliebig viele ausgeben, um halt weit zu kommen. Also mit einer Karotte halt nur ein Feld, mit zwei weiter, mit vier, sechs, acht. Es ist halt so ein bisschen so exponentiell. Und wenn du halt keine Karotten mehr hast, hast du halt ein Problem, weil dann kommst du nicht mehr voran. Dann kannst du auch wieder rückwärts laufen zum Igel, dann kannst du dich mit Karotten wieder aufpimpen. Und so musst du halt relativ gut diese Balance finden, wie viel gebe ich zu welchem Zeitpunkt aus. Das war ehrlich gesagt ziemlich cool. Und das ist so ein Spielmechanismus, den ich so tatsächlich dann gar nicht mehr gesehen habe, was ich überraschend fand. Also ich finde, das ist ein Klassiker, der sich echt gut gehalten hat. Konntest du Verflixt ausprobieren? Das wurde auch noch als Alternative genannt. Also selber gespielt habe ich es noch nicht, aber ich habe es mal gesehen. Und auch da kann ich verstehen, dass es genannt worden ist als Alternative, weil auch da wird gewürfelt und man versucht, ein Parcours halt bis zum Ende mit seinen Miebelchen zu laufen. Ich glaube, drei Pöppel hat man da. Und da ist das Prinzip so, dass man quasi ein modulares Spielbrett hat, weil man so Teilchen hat, die man jedes Mal neu auslegt. Und dann läuft man da so los und immer wenn du dich von einem Feld wegbewegst und du bist der Letzte, der da drauf steht, dann nimmst du dieses Feld zu dir. Da sind dann Plus- oder Minuspunkte drauf oder irgendwelche Sondereffekte. Man kann auch dann sich Sachen wieder klauen oder jemandem was schenken mit negativen Punkten. Und dadurch wird die Strecke dann natürlich auch kleiner und Lücken werden geschlossen und so. Also das, finde ich, klingt auch schon viel aufregender als Mensch ärgere dich nicht. Dann haben wir auch über Schiffe versenken geredet und Captain Sona vorgestellt. Das ist natürlich damals das gleiche Setting, aber natürlich ein ganz anderes Art Spiel. Und da kam, glaube ich, noch der gute Vorschlag, dass es halt zu Captain Sona auch eine Familienvariante gibt, Sona Family. Da brauchen dann auch nur vier Leute, also alles ein bisschen einfacher. Das heißt, wem Captain Sona zu Matsch ist, Sona Family ist eine Alternative. Und Wehrwölfe. Also Wehrwolf, da kamen natürlich auch einige Vorschläge. Natürlich mein Lieblingspick an der Stelle, Tempel des Schreckens, hätte man auch auf jeden Fall erwähnen können. Finde ich noch das Zugängigste, was ich sogar mit Kollegen in der großen Runde gespielt habe. Also das funktioniert einfach immer, ist schnell erklärt und jede Partie ist immer einzigartig spannend. Also das finde ich noch so die beste Alternative. Wehrwölfe, Vollmond Nacht, wer auf Wehrwölfe steht, finde ich auch eine gute Alternative, weil man da einfach nicht rausfliegt, schneller gespielt. Das bringt ein Spiel rein. Und ich glaube, so Agent Undercover ist für dich auch ein Liebling. Den hast du immer wieder bei mir ins Regal zurückgeschoben. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde, es ist halt irgendwie quasi, fast schon das Anti-Wehrwolf-Spiel, weil das so unfassbar kurz ist. Also da geht es halt darum, dass man quasi, jeder kriegt nur eine Karte und da bist du entweder halt der böse Agent oder du weißt halt eine Location, die alle auf der Hand haben, wo du dich befindest. Und du kannst halt einfach ganz offen irgendwelche Leute Fragen stellen und musst dadurch halt rausfinden, wer ist derjenige, der nicht Bescheid weiß. Oder der Agent muss halt rausfinden, wo wir sind. Das ist halt ein so unfassbar simples Prinzip und da spielst du halt einfach immer mehrere Runden in Folge. Und ich hatte da so unfassbar witzige Momente schon. Also ich kann das jedem nur ans Herz legen. Ist aber, glaube ich, nur bis maximal sechs Leute und es ist halt wirklich ein ganz kurzweiliges, schnelles Social-Deduction-Spiel. Einen richtig guten Vorschlag fand ich bei Jenga auch. Superhero, Reno Hero Super Battle. Das hatte ich sogar mal gekauft, als bei unserer Hochzeit so eine Spielecke gab für die Kinder. Und da hatte ich das mitgebracht und das haben die wirklich, glaube ich, die Kids am meisten den ganzen Abend gespielt. und einem Verwandten von den Kindern, dem habe ich es dann auch mitgegeben, weil die irgendwie so begeistert waren. Und das ist, glaube ich, eins dieser Bauspiele oder Kinderspiele, die auch Eltern unglaublich gerne mitspielen. Die hatten es vorher auch einmal ausprobiert, damit ich es erklären konnte. Und es macht Spaß, diese richtig coolen Bauten zu bauen und die Affen oder die Tiere da hochhangeln zu lassen. Ja, also geht mir genauso. Mir macht das auch mega viel Spaß. Und es gab mehrere Momente schon, wo wir quasi bei einem Urlaub oder so am Nachmittag mit den Kindern das gespielt haben und am Abend haben wir es als reine Erwachsene-Runde nochmal auf den Tisch gebracht, weil wir es halt einfach cool fanden. Monopoly, hatten wir natürlich auch drüber geredet und hatten wir Machi Koro erwähnt. Und wer Machi Koro erwähnt, der muss natürlich auch Space Base sagen, was für viele die bessere Alternative ist. Ja, auf alle Fälle. Es ist halt irgendwie das gleiche Spielprinzip wie Machi Koro, aber mit noch mehr, finde ich, Thema und mit noch mehr Möglichkeiten. Da ist auch eine Karte drin, wo man instant gewinnen kann. Sowas finde ich immer eher lustig. Aber das haben wir deswegen nicht mit reingenommen, obwohl es das bessere Machi Koro ist, weil das dann thematisch einfach halt noch so weit von Monopoly weg ist, dass man dann gar nicht mehr so die Beziehung dazu sieht. Wem es bei Monopoly vor allem um Geld geht, den könnte man auch QE empfehlen. Das ist jetzt noch nicht das gleiche Spielprinzip, aber da wird halt auch mit Geld um sich geworfen. Und wir sind halt Nationen, versuchen Anteile an Firmen zu bekommen und wir bieten halt beliebige Summen. Also es ist so ein Spiel mit einer ganz besonderen Dynamik, richtig cool, leicht erklärt, schnell gespielt, finde ich so einen immer mitnehmen Spiel, was so in kleinen, lockeren Runden einfach total witzig funktionieren kann. Also wir haben es zuletzt auf der Arbeit immer wieder als Absacker da gehabt. Ja, ist witzig. Also das ist so eine Alternative, wer es schnell gespielt haben möchte und ihm die Monopoly-Partien mit Schuldschein zu lang gegangen sind. Ein Spiel, das ich gar nicht auf der Rechnung hatte, aber was ich einen guten Vorschlag finde, ist Cape May als Alternative. Das habe ich nur einmal gespielt, aber das fand ich auch sehr schön, da sind wir halt in so einem Küstenörtchen und bauen da eben auch verschiedene Gebäude, die wir auch noch aufbauen können, also auch wirklich so mit so riesengroßen viktorianischen Gebäuden auf dem Plan und dann scoren wir über verschiedene Arten und Weisen Punkte. Es funktioniert vom Spielmechanismus auch nicht wirklich wie Monopoly, was eine gute Sache ist, also es ist kein Roll-and-Move-Spiel, aber dieses Gefühl, ich habe hier so verschiedene Straßenzüge und baue da Sachen, mit denen ich dann hinterher Punkte bekomme, das kommt da schon rüber und deswegen glaube ich, könnte es Leuten, die Monopoly mögen, aber dem Ganzen ein bisschen überdrüstig geworden sind, schon gefallen. Risiko war natürlich auch ein Thema und da kamen sehr viele Vorschläge im Area-Control-Bereich. Es waren natürlich auch sehr viele dabei, die dann vom Niveau deutlich drüber waren, also die wollen wir jetzt nicht alle anreißen. Eine Nennung fand ich aber ganz interessant und zwar El Grande, das halt auch ein etwas älteres Spiel ist, aber sich glaube ich einen Tick besser gehalten hat als Risiko. Ja, es ist tatsächlich, ich finde, es hat ein anderes Spielgefühl, weil man ja quasi einfach nur Würfelchen in diese Ortschaften setzt, um da verschiedene Mehrheiten zu haben, hat auch so einen coolen Würfelturm. Mir gefällt es sehr gut. Also es ist halt einfach eine andere Art von Area-Control-Spiel und da muss man wirklich sagen, das Ding hat sich genau wie Hase und Igel einfach richtig gut gehalten und das würde ich immer noch jederzeit mitspielen. Anderes Spiel, was auch noch genannt worden ist, ist Ethnos. Das finde ich irgendwie auch als, sage ich mal, moderneres Area-Control-Spiel auch sehr gut, weil es unfassbar zugänglich ist. Also die Züge, wie die funktionieren, sind so simpel und trotzdem kann man da irgendwie halt auch mit verschiedenen Regionen, die man dann versucht zu beherrschen, irgendwie auch Punkte machen. Ist jetzt im Vergleich zu anderen Sachen, die wie genannt worden sind, wie Game of Thrones oder Kemet oder solche Sachen, Cthulhu Wars, die auch alles richtig gute Spiele sind, aber die einfach wirklich nochmal drei Nummern größer sind von der Länge und von der Komplexität, die würde ich sagen, sind jetzt nicht unbedingt als nächster Schritt gut geeignet, aber Ethnos kann ich empfehlen. Wir machen weiter mit acht Klassikern, die ihr vorgeschlagen hattet, die wir gar nicht auf dem Zettel haben, wo wir aber sagen, oh ja, da müssen wir auch auf jeden Fall drüber reden. Zum Beispiel Trivial Pursuit. Eins der klassischen, Klassik- oder eins der ältesten Quizspiele. Ich kann mich schon gar nicht richtig dran erinnern. Es ist auch so ein Roll and Move. Man fühlt sich wie in der Schule. Man hat manchmal nicht so Glück mit den Fragen, die man beantworten muss und dann steht man blöd da. Thomas, würdest du das noch spielen? Also witzigerweise habe ich es vor ein paar Jahren noch zwei, drei Mal gespielt, weil ich mag Quizspiele einfach, aber ich bin diesem Roll and Move Mechanismus sowas von überdrüstig, weil am Ende halt es sein kann, dass nicht der gewinnt, der am meisten wusste, sondern derjenige, der am glücklichsten gewürfelt hat und das ist halt irgendwie einfach ein No-Go, finde ich. Also du kannst auch nicht sagen, wir machen ein Fußballturnier und nach jeder Halbzeit trifft man sich am Mittelkreis und wir würfeln noch einen Würfel und die Tore gibt es auch noch obendrauf. Dann haben auch die eine Chance, die halt nicht so gut im Fußball sind. Dann spielt man halt kein Fußball oder halt kein Wissensspiel. Und da gibt es halt einfach so viele gute Alternativen mittlerweile. Und eins, was ich auch schon vor Jahren kennengelernt habe, was sehr nah dran ist an Triple Pursuit, ist Besserwisser. Und bei Besserwisser, da haben wir quasi 20 verschiedene Kategorien. Da gibt es auch kein Roll and Move, sondern wir greifen in so einen Beutel, nehmen dann quasi vier Steine raus von den 20, haben dann vier Wissenskategorien und wir setzen quasi selber fest, wofür kriegen wir ein, zwei, drei oder vier Punkte. Also wir können selber unsere Stärken irgendwie einsetzen. Und dann hat man noch so Extrasteine, wo man quasi auch Plätzchen mit anderen tauschen kann oder wo man Besserwissert eben, wenn man sagt, ha, der Christoph, der weiß es nicht, welchen Film Stanley Kubrick 1979 gedreht hat, aber ich weiß es, Besserwisser und dann kann ich die Punkte abstauben. Und da ist einfach deutlich mehr Taktik drin in dem Spiel. Und deswegen würde ich das auf alle Fälle Triple Pursuit jederzeit vorziehen, auch weil da modernere Wissenskategorien drin sind. Also nicht nur Geschichte und Geografie, sondern da gibt es halt auch Kunst und Mode und Film und Sprache und so. Also da wirst du einfach irgendwie mit Moderner abgeholt. Ich habe auch noch ein Spiel dabei, da wirst du mir auf jeden Fall zustimmen, dass das eine coole Alternative ist, weil ich weiß, du bist ein Riesenfan von Smart 10. Auch ein Quizspiel. Wir haben so eine Plastikbox, wo immer Aufgabenkarten drin sind und die Antworten, die sind überdeckt durch so einen Nupsi, den man, wenn man dann richtig, oder wenn man rät, rauszieht und guckt, ob man richtig lag oder nicht. Hier ist auf jeden Fall cool, dass man ja alle an der gleichen Aufgabe tüftelt. Also man gibt das Reih um, bis man sagt entweder, ja, das war es jetzt. Also ich traue mir nicht mehr zu, Antworten zu geben, weil man so ein bisschen Push-Your-Luck drin hat. Also man kann selber entscheiden, wie viele Antworten man gibt. Sobald man falsch liegt, verliebt man aber alles, was man vorher gesammelt hat. Das heißt, es ist auch ein bisschen Kribbeln dabei. Und das Schöne ist halt, jeder oder alle tüfteln an der gleichen Aufgabe. Ja, gibt es super viele unterschiedliche, originelle Fragen und auch mittlerweile verschiedene Boxen. Zum Beispiel eine Family Box ist ganz cool für den Einstieg, weil da für die ganze Familie Fragen drin sind. Ja, und ich liebe natürlich die Harry-Potter-Variante davon. Da sind wir mittlerweile schon zweimal durch durch alle Fragen. Immer wieder überraschend, was man alles wieder vergisst. Was ich noch gerne auch erwähnen möchte, ist das Kneipen-Quiz, weil das halt eine kooperative Variante ist, wie man quasi Quizfragen löst. Also in der Gruppe gegen das Spiel gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und das sind wirklich knackige Fragen, also wie man es halt vom Kneipen-Quiz auch so kennt, wo du halt auch unterschiedliches Wissen von verschiedenen Leuten am Tisch auch brauchst, damit du auf die Lösung kommst. Und da ist halt das Coole, alle gewinnen halt gemeinsam oder verlieren gemeinsam und es fühlt sich halt nicht einer blöd, weil er sagt, ja, verdammt, ich habe irgendwie jetzt weniger gewusst als die anderen. Das kann ja auch mal ein Problem sein, wenn es da ein großes Gefälle gibt. Und beim Kneipen-Quiz hast du das halt nicht. Memory kennt natürlich auch jeder, vor allem die, die Kinder haben. Ich bin mal gespannt, wann es bei mir so weit ist, dass mein Sohn da Bock drauf hat. Wir haben es mal probiert, hat noch nicht so geklappt. Er wollte einfach aufdecken, wie er wollte. Ja, man versucht, gleiche Paare zu finden von verdeckten Karten und das war's. Also viel Spiel steckt da nicht drin. Haben wir den Alternativen, wo vielleicht ein bisschen mehr Spiel dran ist? Ja, also eine Alternative, die mir sofort eingefallen ist, ist Gold. Das ist so ein ganz kleines Spiel von Rainer Knizia, das passt wirklich in jede Hosentasche und das Prinzip ist das gleiche. Es liegen halt so verschiedene runde Plättchen aus und man deckt immer zwei auf und man will im Endeffekt seine eigenen Cowboys, die da drunter versteckt sind, mit einer höheren Stärke als ein dazu passendes Gold-Nugget aufdecken. Dann kriegt man dieses Gold, wer am Ende das meiste Gold hat gewinnt, aber da ist das Coole eben, dass man irgendwie auch noch andere Alternativen hat. Also ich kann auch zwei verschiedene Cowboys aufdecken und dann gibt's so ein Shootout und der mit der größeren Stärke gewinnt und dann ist halt quasi von einem anderen Spieler die Figur quasi raus oder man kann Dynamit aufdecken und dann geht was in die Luft. Also es gibt halt mehrere Möglichkeiten, was man dann da macht, je nachdem, welche Plättchen schon aufgedeckt worden sind, welche Informationen man schon hat und es ist halt nicht nur einfach merken und Pärchen finden und ich finde, das ist sogar für so ein einfaches, simples Spiel sogar richtig thematisch. Ich weiß auch, dass Memoir eine coole Alternative ist, die hab ich sogar schon mal verschenkt, ich konnt's aber noch nicht spielen. Warum macht's für dich das besser, das Memory-Prinzip? Also es macht's schon mal deswegen besser, weil man es nicht Memoir, sondern Memoir aussprechen muss, weil wir natürlich Piraten sind auf einer Pirateninsel und man hat so ein Grid, wie bei Memory auch, wenn so quadratischen Karten, aber man deckt nicht immer zwei Sachen auf, sondern man deckt immer nur eine Karte auf und die muss zu der vorliegenden Karte passen. Also auf jeder Karte sind Tiere drauf, gibt's fünf verschiedene oder Landschaftstypen, auch fünf verschiedene in einer Kombination und die nächste Karte, die ich aufdecke, muss entweder eben auch Strand sein zum Beispiel oder auch ein Pinguin zeigen und dann geht's quasi Reihe um weiter, bis einer halt quasi was Falsches aufdeckt und wer am Ende übrig bleibt, kriegt dann einen Schatz und dann wird alles wieder umgedreht und dann spielt man die nächste Runde und da kommt jetzt der Memory-Effekt, weil man jetzt sicher schon halt gemerkt hat, was da schon liegt und quasi in jeder Runde mehr Informationen hat und wer halt da eben gutes Memory hat, also gutes Gedächtnis hat, der kriegt halt dann irgendwie die meisten Punkte und das Schöne da ist halt auch, es gibt da zwei Varianten, also eine einfache Variante, die funktioniert genauso, wie ich es gerade beschrieben habe und dann gibt's eine noch, wo die ganzen Tiere auch Spezialfähigkeiten haben, da kann man nochmal eine Schippe oben draufsetzen, aber es ist insgesamt ein sehr, sehr simples Spiel und das ist auch so ein Ding, was wir im Urlaub irgendwie immer mit dabei hatten jetzt mit den Kindern. Cool. Gar nicht cool. Oh Gott, ich glaube, das war meine schlimmste Spielerfahrung ever. Da waren wir im Urlaub mit ein paar Arbeitskollegen und eine hatte ein Spiel dabei, wo sie meinte, boah, das ist mein Lieblingsspiel, ich gewinne auch immer und dann war das Phase 10. Also ich habe noch nie ein stumpfsinnigeres, frustrierenderes, langweiliges Spiel erlebt wie Phase 10. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen damit? Mir war nicht klar, dass wir jetzt schon bei Phase 10 angekommen sind. Das wäre eigentlich für den Schluss aufgerufen, hätten wir es machen müssen, aber ich kann schon nicht mehr richtig reden. Ich hasse dieses Spiel, das ist für mich auch irgendwie, ich habe letztens das UNO als Antispiel bezeichnet, aber da habe ich gar nicht an Phase 10 gedacht. Das ist für mich das absolute Antispiel. Man zieht eine Karte, man wirft eine Karte ab und man versucht irgendwie einfach halt ein Set auf der Hand zu sammeln und je nach Phase muss es halt irgendwas bestimmtes sein. Ein Drilling und eine Straße zum Beispiel oder zwei Drillinge oder ein Vierring oder so. Und wenn man das dann ausgelegt hat, versucht man die restlichen Karten noch anzulegen und dann ist die Phase vorbei und dann denkt man sich schon, oh, war das jetzt stumpfsinnig. Aber dann kommt die nächste Phase. Also dann spielt man weiter und jeder, der nicht weitergekommen ist, bleibt in der Phase und der nächste darf eine Phase aufsteigen. und es kann halt sein, dass du dieses Spiel über 36 Runden spielst. Also da steht auf der Box eine Stunde drauf und ich habe es auch schon mal fast zwei Stunden gespielt. Also das ist wirklich echt krass und da gibt es mittlerweile deutlich bessere Sachen. Ich glaube, einer aus unserer Community hat auch mal zu Phase 10 gemeint, naja, da ist ja quasi jedes Spiel besser, da ist auch sich in die Ecke stellen und die Wand anstarren ist besser. Ich muss sagen, ich stimme dem zu. Also sorry an alle Phase 10-Fans da draußen, aber das ist wirklich eher eine Beschäftigung als ein Spiel. Oh ja. Ja, das ist halt für Leute, die gar nichts entscheiden wollen. Und da muss ich sagen, ähnliches Spielprinzip mit Karte ziehen oder abschmeißen ist fantastische Reiche, aber da habt ihr auf jeden Fall was zu entscheiden. Wir haben ja auch sieben Karten auf der Hand und versuchen unsere Hand zu verbessern, sukzessive. Haben so lange Zeit bis plötzlich zehn oder zwölf, je nachdem wie viele Spiele man hat, in der Auslage liegen. Man kann immer vom Kartenstapel ziehen oder von der Auslage und versucht jetzt seine Hand zu verbessern. Und da kommt jetzt der Clou rein, diese Karten haben alle verschiedene Kategorien, haben Merkmale und Ausprägungen und beziehen sich total krass auf alle anderen. Und da sind halt total knifflige, interessante Kombinationen drin, wo man halt versucht, die perfekte Hand zu bekommen. Und das ist eigentlich gar nicht möglich. Also da ist immer noch mehr drin. Und das macht halt diesen besonderen Spiel als Reiz aus, dass man immer Bock hat auf noch eine Runde, weil es einfach so knifflig ist, ja, die perfekte Hand zu finden. Das ist natürlich ein Kennerspiel, also jetzt nichts für Leute, die gar nicht entscheiden wollen. Wer sagt, na gut, ich traue mir mehr zu als Phase 10, aber will es dann doch nicht so anspruchsvoll haben, dann ist Marvel Remix finde ich noch eine coole Alternative. Die hat das absolut gleiche Spielprinzip, hat aber von der Komplexität etwas runtergeschraubt. Ist auch ein cooles Thema natürlich mit Marvel, hat nochmal seine Besonderheiten, haben wir im letzten Spiel drüber geredet. Das ist dann für Leute, die sagen, ja, eher bin ich im Familienspielsegment unterwegs. Aber das finde ich, so zwei Spiele, die sind wirklich richtig klasse und auf jeden Fall lieber das als Phase 10. Ja, und ein anderer guter Vorschlag, finde ich, als Alternative ist auch Scout. Da haben wir auf unserem Kanal schon öfter drüber gesprochen, gibt es auch ein Regelvideo zu, war auch für Spiel des Jahres nominiert und da sammeln wir auch Sets, aber der Clou ist, wir nehmen unsere Kartenhand auf, da haben wir eben auch Karten mit unterschiedlichen Zahlen drauf und wir dürfen die Karten in der Reihenfolge nicht ändern. Also wir können nur die Sets bilden, zum Beispiel ein Einserpärchen oder ein Dreierdrilling oder eine Straße aus zwei Karten, die wir schon auf der Hand haben und dann legen wir Reihe um einfach Karten aus und müssen immer quasi ein höherwertigeres Set spielen und wenn wir das nicht können, dann können wir quasi vom Vordermann scouten, also eine Karte nehmen und bei uns irgendwo reinschieben und dadurch neue Kombinationen machen. Die sind auch quasi beidseitig, also man kann quasi die von oben und von unten reinschieben, hat unterschiedliche Zahlen zur Verfügung und dann muss man das richtige Timing finden, wann spiele ich was aus und wann halte ich eher was zurück. Und man sammelt hier eben auch auf der Hand Sets, aber man hat halt viel mehr Entscheidungen und da kommt es auch so zu richtig coolen Momenten, weil irgendeiner ewig gesammelt hat und am Ende dann Bäm, wenn irgendwas rauskommt, also deutlich besser als Phase 10. Jeder kennt natürlich auch 4 gewinnt. Klar, das Raster, man versucht in seiner Farbe 4 in einer horizontal, vertikal oder diagonal hinzubekommen und jeder weiß auch, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, hat man irgendwann das System verstanden und dann hat man halt, wenn man gegen immer gleich stark gespielt, immer eigentlich einen Unentschieden. Weil halt klar ist, wann man wo was reinschiebt, damit man den anderen verhindert, dass der seinen Sieg hat. So, Tic-Tac-Toe halt eine Stufe mehr. So, ich weiß, da gibt es Alternativen, die sogar ähnlich aussehen. Was ist denn so mit Total Regal? Das hast du doch gespielt. Ist das nicht was Passendes? Ja, also ich habe das als MyShelfie noch kennengelernt. Wird ja Gott sei Dank jetzt auch bald lokalisiert auf Deutsch und da hat jeder so einen Grid wie bei 4 gewinnt, wo er Sachen reinwirft und man wirft da nicht einfach Steinchen rein, sondern Einrichtungsgegenstände, also so kleine Plättchen, wo halt Bücher und so verschiedene Sachen drauf sind und man versucht die in seinem Raster halt bestimmt anzuordnen, um halt entweder so einen Geheimauftrag, den man hat oder so allgemeine Aufträge, die liegen, so ein kleines Wettrennen, wer schafft es zuerst, dass man die erfüllt und möglichst große Gruppen von gleichen Items hat und da ist die Interaktion halt eben nicht quasi das Grid, wo ich das reinschmeiße, sondern die Auslage, wo ich quasi die Plättchen nehme, weil ich durch mein Nehmen von Plättchen andere Plättchen wieder freigebe für die anderen. Aber es ist trotzdem immer noch ein simples Spiel, finde ich. natürlich nicht so simpel wie Vier Gewinnt, aber da kommt man wunderbar rein und das sieht einfach schöner aus, es hat mehr Thema, es hat mehr Wiederspielwert, also das wäre für mich eine ganz klare Alternative. Vier Gewinnt ist ja so ein Zwei-Personen-Spiel. Gibt es da auch eine Alternative, wo man sagt, das ist genau für zwei Personen? Ja, gibt es auch und das habe ich auch letztes Jahr kennengelernt. Das ist aber auch ein amerikanisches Spiel und da gibt es, glaube ich, noch keine deutsche Lokalisierung, also müssen wir mal gucken. Das Spiel ist relativ sprachneutral, aber ist eben halt in Deutschland noch nicht verfügbar und zwar heißt es Fairytale Inn. Da spielen wir auch zu zweit, haben in der Mitte auch so ein Vier-Gewinnt-Grid vor uns, wo wir Sachen reinwerfen. Auch hier werfen wir Plättchen rein und zwar von Märchencharakteren. Da gibt es also mehrere in der Spielbox, man spielt immer mit fünf verschiedenen und die wirft man dann ein und die haben halt alle unterschiedliche Effekte, also was die machen. Die wollen neben anderen Plättchen benachbart sein oder sonst irgendwas und alle geben einem während dem Spiel oder am Ende des Spiels in irgendeiner Form Gold und wer am Ende das meiste Gold hat, gewinnt. Da ist natürlich irgendwie auch allein schon durch die Fähigkeiten der Charaktere auch mehr Variante und mehr Entscheidungen, die ich da treffe und es ist aber immer noch, finde ich, so einfach, dass man auch mit Kindern da gut einsteigen kann und es ist einfach vom Thema halt schon großartig, weil du einfach irgendwie mit diesen Märchenfiguren gleich was anfangen kannst und das, was die können, das passt auch thematisch so. Also es ist schade eigentlich, dass es auf Deutsch nicht erhältlich ist, weil das wäre quasi fast noch mehr mein Alternativvorschlag für vier gewinnt. Thomas, du als Deduktionsfan kennst doch mit Sicherheit noch diese Plastikrahmen, wo wir kleine Dinge reingesteckt haben und versucht in Mastermind das große Rätsel zu lösen. Boah, ich weiß auch noch, dass wir das hatten und dass es immer eine Krampf war mit den Fingern, die da Dinger wieder rauszubekommen. Würdest du sagen, das ist so ein Spiel, was du heute noch spielen würdest? Nee, würde ich tatsächlich nicht und witzigerweise ist das Spiel, wir haben es als Superhirn noch hier, also in der deutschen Übersetzung mit einem Cover, das du heute nicht mehr irgendwie verkaufen könntest, haben wir das vor über zehn Jahren an einem Silvesterabend gespielt und das war tatsächlich der ausschlaggebende Grund, wo ich dann hinterher gesagt habe, da muss es doch noch coolere Sachen geben, ich gucke mal, was die Brettspielwelt so zu bieten hat und so bin ich quasi überhaupt in dieser Brettspiel, in dieses Rabbit Hole reingefallen und naja, es ist halt wirklich das pureste Deduktionsspiel, du baust halt quasi als eine Person dir halt deine, aus vier Nupsis in sechs verschiedenen Farben irgendwie halt so ein Code auf und der andere macht so Rateversuche, indem er auch so vier Dinge reinsteckt und kriegt dann nur als Info, wie viele sind richtig, also von der Farbe und wie viele sind richtig von der Farbe und an der richtigen Stelle und da muss man halt irgendwie durch cleveres Kombinieren dann rausfinden, was der Code ist und ich würde das allein deswegen schon nicht mehr spielen, weil es ist ein Zwei-Personen-Spiel, schon mal das eine, aber die eine Person spielt gar nicht richtig mit, sondern der ist ja nur der, der quasi die Lösungsversuche verwaltet, also eigentlich spielt ja nur einer und der andere sagt immer nur, was richtig ist oder was falsch ist, also da kommt gar kein richtiges Spiel zustande. Ich kann mir vorstellen, dass Masterword eine coole Alternative ist, vor allem auch für dich, weil du ja auch so ein Wortvirtuose bist, also du es gerne liebst mit Wortspielen und das kombiniert das. Also wir sind hier nicht auf der Suche nach einem bestimmten Muster von Farben, sondern es gibt einen Begriff, wir kennen nur einen Oberbegriff, es geht zum Beispiel um die Kategorie Personen und jetzt versuchen wir auch immer vier, ja, Sachen auf den Zettel zu schreiben, die in eine Reihe hinzulegen, die jetzt damit assoziiert werden können. Also geht es zum, ist es zum Beispiel ein Amerikaner, ist es ein Politiker, so, da schreibt man Sachen hin und der Tippgeber sagt jetzt nur, wie viele davon passen sind oder nicht und jetzt müssen wir als Gruppe in der nächsten Stufe versuchen, das wieder einzugrenzen, um schlussendlich auf das zu kommen, was gesucht wird. Also das kombiniert dieses Mastermind-Prinzip total cool mit so einem Wort oder einem Wort- Assoziations-Suchspiel, würde ich es nennen, hat einen ganz besonderen Kniff. Also das haben wir ein paar Runden sehr gerne gespielt, ist vielleicht nicht für jeden was, weil diese Kombi ja jetzt außergewöhnlich ist, aber das macht natürlich aus diesem Mastermind-Prinzip was deutlich cooler ist. Ja, ich habe es auch schon gespielt und mir hat es auch sehr gut gefallen. Übrigens, ein amerikanischer Politiker, ich glaube, die Lösung ist Arnold Schwarzenegger, My mission is to protect you, mit dem würde ich gerne auch das nächste Spiel mal spielen wollen, was ich als Alternative vorschlagen würde, nämlich Turing Machine, das ist noch relativ neu, aber das ist quasi jetzt wieder so ein ganz reines Deduktionsspiel, da müssen wir einen Code knacken, der aus drei Zahlen besteht und wir haben verschiedene Bedingungen auf dem Tisch liegen, anhand deren wir quasi unsere selbst zusammengestellten Codes, also wie bei Mastermind eigentlich, dann prüfen können, aber es spielen halt alle am Tisch mit, man kann das auch halt zu dritt, zu viert spielen und es ist nicht nur einer, jemand, der die Lösungen verwaltet, sondern es macht das Spiel selber und da gibt es halt ganz viele verschiedene Bedingungen und dann haben wir eben so coole Lochkarten, die wir dann zusammenstellen und dann zu gucken, was trifft jetzt da bei den Bedingungen auf meine Sachen zu und da muss man eben halt durch allein schon das Code generieren erstmal eine interessante Frage stellen und dann mit der Antwort quasi deduzieren. Also es erinnert mich sehr, sehr an Mastermind, aber wirklich einfach in allen Bereichen cooler. Es ist ein ganz klein bisschen anspruchsvoller, aber ich finde, da kommt man auch gut rein. Beim nächsten Spiel würde ich sagen, okay, das würde ich sogar vielleicht noch mitspielen aus dieser Liste am ehesten und jeder kennt natürlich Tabu. An die epischen Abende, wo hinterher Pärchen nicht mehr miteinander reden, wo man Leuten beim Denken zugucken kann, wo viel Schadenfreude dabei ist, wo man natürlich auch ein bisschen Action hat, aber ich glaube, da geht ein Tick mehr. Hast du nicht letztens noch Tabu gespielt und was war dein Fazit? Also Tabu ist tatsächlich was, was ich irgendwie gerade in der Schulzeit und im Studium teilweise noch gespielt habe und ich habe da auch noch gute Erfahrungen dran und ich kann mich sogar noch an die Werbung erinnern. Die lief im Fernsehen auch immer so. Eine Grünfläche und dann quietsch, quietsch, quietsch. Dieser ätzende Quietscher, also der geht einem wirklich auch auf die Meise irgendwie dann langsam und es gibt halt ein Spiel mittlerweile, das ist halt wirklich Tabu 2.0, finde ich, und zwar Trapwords, weil da ist das gleiche Prinzip, dass wir quasi in Teams raten und einer muss halt den anderen einen Begriff sagen und darf bestimmte Wörter nicht nennen, aber es ist nicht wie bei Tabu, dass da fünf Wörter vorgegeben sind, die Spieleentwickler sich halt gedacht haben, dass die gute Hinweise sind, sondern das gegnerische Team sieht zuerst den Begriff und die schreiben auf, welche Wörter nicht genannt werden dürfen und das noch coolere ist, derjenige, der das dann erklärt, der weiß gar nicht, was die aufgeschrieben haben. Das heißt, es ist auch so ein Mindgame, also die anderen denken, wie könnte der dir das erklären und der überlegt halt, was könnten die aufgeschrieben haben und könnte ich es vielleicht von hinten durchs Auge irgendwie machen und dann kommt noch dazu, dass quasi das, das ist ein bisschen so ein Setting mit Monsterkämpfen und so, das ist eigentlich gar nicht so relevant, aber es ist halt wichtig, dass man quasi immer mehr Trapwords hat, je weiter man kommt und zwischendurch gibt es noch so extra Aufgaben, die das ein bisschen erschweren, wie man das erklären darf oder nicht und am Ende gibt es sogar noch so ein Boss-Battle, das heißt im Endeffekt auch noch eine extra Variante, wie man das quasi dann den letzten Begriff erklären muss, die es halt nochmal ein bisschen schwieriger macht. Also das hat genau das Gefühl von Tabu, aber ich finde es halt deutlich cooler. Oh ja, ich liebe auch Trapwords, wie du schon meintest, dieses mega originelle, dass man selber sich Begriffe ausdenkt, also das Gegnerteam und dann so sich am Beraten ist, was wohl am besten ist und halt dieses Mindgame, wo man so richtig originell um die Ecke denken muss und das finde ich, originell um die Ecke denken, schafft auch Decrypto. Das ist definitiv ein ruhigeres Spiel, da geht es nicht unter Zeitdruck darum, irgendwelche Begriffe zu finden. Es ist ein Wort-Assoziationsspiel, was leider nicht so einfach ist zu erklären, das lernt man eigentlich nur, indem man mal eine Beispielrunde macht. Auch zwei Teams, das coole ist, die spielen parallel und das eigene Team hat immer eine Info mehr als das Gegnerteam. Es geht darum, die Begriffe des Gegners abzufangen, so kann man es bezeichnen. Das heißt, es gibt immer einen im Team, der versucht, ja, durch Wort-Assoziationen dem Team, eigenen Team Hinweise zu geben, um einen Code zu knacken, aber so um die Ecke denkt, dass die eigenen Leute darauf kommen, aber das Gegnerteam es nicht weiß, wo es zugeordnet werden muss. Und das schafft man halt, weil man im eigenen Team eine Info mehr hat. So, und das macht man über mehr Runden und dann kriegt das andere Team immer mehr Informationen, das heißt, es wird immer schwieriger, noch Wachen zu finden, dass man nicht dort auffliegt oder abgefangen wird. Und das macht wirklich so eine ganz besondere Art von um die Ecke denken, die ich noch in keinem anderen Spiel erlebt habe. Ich finde das richtig cool. Gefällt mir auch ein Tick besser als Codenames, auch wenn es schwieriger zu erklären ist, aber da waren immer total tolle, epische Runden mit dabei. Ist ein Tick anspruchsvoller. Also Leute, die sagen, fünf Minuten tabu und ab geht's, die sind dann schon ein bisschen mehr gefordert. Aber trotzdem ein ganz besonderes Erlebnis. Wenn wir über Klassiker reden, dann müssen wir natürlich mal kurz über Schach nachdenken. Ich weiß, du hast das mal gespielt. Ist das etwas so, wo du sagen würdest, da gibt es was Besseres? Spielt man das denn überhaupt noch? Also Schach, das Spiel der Könige, habe ich tatsächlich als Kind häufig gespielt. Ich war sogar im Schachclub und habe auch an Schachturnieren teilgenommen und würde sagen, ich war gar nicht mal so schlecht, auch wenn ich jetzt irgendwie kein Spitzenspieler gewesen bin. Aber ich glaube, ich kann es immer noch ganz gut. Aber da gibt es natürlich zahlreiche modernere Varianten mittlerweile, wo man sagen kann, da gibt es wirklich viele Alternativen, die... Sekunde. Hi. Okay, ja, ich verstehe. Hm? So la osla de vere. Ja. Hade. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich habe mir sagen lassen, es gibt keine Alternative zu Schach und wir sollen bitte nicht anfangen jetzt mit irgendwie Onitama oder The Duke oder sowas irgendwie um die Ecke zu kommen, weil sonst gibt es irgendwie richtig Ärger. Also ich würde sagen, wir skippen das Segment. Jeder kennt natürlich auch Scotland Yard und ich würde sagen, das ist vielleicht eins dieser Klassiker, die noch ganz gut gealtert sind, aber wer da mal was anderes erleben möchte, da haben wir vielleicht auch Alternativen. Was würdest du sagen, Scotland Yard, ja, würde ich noch spielen oder aus welchen Gründen vielleicht nicht mehr? Ja, also ich würde das immer noch spielen. Ich finde tatsächlich, das ist immer noch ein sehr, sehr thematisches Hidden Movement Spiel, wie man ja so schön sagt, ist. Das Einzige, was bis in die Jahre gekommen ist, ist diese Karton-Schirm-Maske-Mütze, die man sich da aufsetzt mit diesem Gummiband. Die war bei uns irgendwie schon damals irgendwie nach dreimal tragen kaputt. Aber ansonsten, man reist halt da durch London. Ich meine, das kennt wirklich jeder, mit Taxi, Bus und U-Bahn und einer ist Mr. X und versucht sich zu verstecken und die anderen, die versuchen ihn halt zu finden. Was ich da ein bisschen schade finde, das ist aber leider bei vielen Spielen dieser Art so, dass man quasi immer vier Detektive braucht, also quasi alle, die man muss eigentlich zu fünft spielen, also einer ist Mr. X gegen vier und wenn man halt nicht vier zusammenbringt, dann muss man halt so NPCs, so englische Bobbys mit reinnehmen, die wir dann alle gemeinsam ziehen, weil sonst kann dieses Netz nicht zusammengezogen werden. Aber ich finde, das hat sich tatsächlich gut gehalten. Trotzdem gibt es da wirklich viele Alternativen mittlerweile und einige, die einem sofort einfallen würden, sind halt extrem komplex. Und wir haben ja gelernt aus dem letzten Video, man soll jetzt nicht die Superklopper irgendwie raushauen und sowas wie Fury of Dracula oder Letter from Whitechapel oder Spectre Ops, die sind schon irgendwie eine ganze Schippe drauf, auch deutlich länger. Deswegen haben wir jetzt zwei Sachen ausgesucht, die einmal dieses Hidden Movement auf eine andere Art und Weise umändern und eins, was aber auch wieder mit diesem klassischen Spielbrett deduzieren funktioniert. Genau. Ich habe eine Alternative dabei, die hat auch meine Frau sehr gut gefallen. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, kartengetrieben, Fugitive. Super asymmetrisch, also einer versucht zu fliehen, der andere versucht, den zu fangen, so typisch Räuber-Gendarm-mäßig. Und das Coole ist, dass wir hier so eine andere Art Spiel spielen. Also der eine, der flieht, der versucht gut Handmanagement zu betreiben und Karten in bestimmten Reihenfolge gut zu legen und der andere, der spielt so ein kleines Deduktionsrätsel, was er versucht irgendwie zu lösen und ein bisschen Blöffen ist auch dabei. Also ganz originell cooles Ding, kleine Schachtel, super transportabel, wir haben es auch schon auf dem Bett oder Sofa gespielt, also das funktioniert echt gut. Sehr schönes Zwei-Personen-Spiel, was so in eine ähnliche Richtung geht. Ja und mein Vorschlag, der geht jetzt quasi wieder mehr in die klassische Scotland Yard-Richtung, aber der könnte vielen vielleicht einfach eine Spur zu krass sein, aber ich muss es nennen, weil es einfach ein so originelles Spiel ist, nämlich Mind Management. Da hat man auch eine Person, der spielt einen Recruiter und der bewegt sich quasi über den Spielplan immer von einem orthogonal angrenzenden Feld zum nächsten und versucht, Leute zu rekrutieren. Da sind ganz, ganz viele Symbole auf dem Plan und er weiß halt vorher durch Karten, wo er Leute rekrutieren kann und die anderen versuchen entweder den aufzuspüren innerhalb von zehn Runden oder eben die Möglichkeit zu nehmen, dass er eben diese Leute rekrutieren kann, indem sie rausfinden, nach welchen Sachen der da sucht. Da sind tatsächlich einige Layer übereinander, man muss am Anfang echt reinkommen, es ist jetzt nicht sehr einsteigerfreundlich, muss man wirklich sagen, auch vom Artwork her, das sieht super schön aus, ist halt von einem Comiczeichner, der auch die Comics gemacht hat, auf denen das Spiel basiert, aber es ist halt nicht so benutzerfreundlich, aber wenn man dann diesen Einstieg gefunden hat, dann merkt man, es ist nicht so kompliziert, es dauert vor allem auch nicht lang, also 40, 45 Minuten, da spielt man meistens mehrere Runden und da steckt einfach noch so viel mehr drin, weil es halt mehrere Möglichkeiten gibt, dieses Spiel zu gewinnen und mehrere Möglichkeiten auch für die anderen dagegen zu arbeiten. Und es gibt noch Extra-Boxen, die man aufmachen kann mit zusätzlichem Spielmaterial, wenn man es dann schon ein paar Mal gespielt hat. Ich finde das so besonders, da würde ich sagen, also das lohnt sich, sich da einzuarbeiten, weil wenn man es mal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so schwer und ich finde es ein tolles Spiel. Ich finde, das waren wieder richtig schöne Vorschläge. Ich bin sehr gespannt, habt ihr noch Klassiker, wo ihr sagt, oh, da hätte ich gerne Alternative zu oder zu dem, was wir vorgestellt haben, andere Vorschläge. Vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback, hat uns sehr viel Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.